. Hilf mir, hilf mir bitte, bitte, bitte! Ich bin tot. Hilf mir! Ich bin tot. Scheiße, ich war eh nur, äh, Traitor. Du warst Traitor? Ja. Gut gelaufen, ne? Ja, ja. Boah, ich sehe schon, Befremden wird Jahre dauern, Jahre. Du hast doch, du machst doch auf einen neuen PC. Nee, aber das ist, das Zusammenschneiden. Ach so, ja, das kann gut sein. Ja, das kann echt gut sein. Vor allem, weil ich, ja, überhaupt nicht faul bin und so. Obwohl, das habe ich jetzt so ein bisschen abgelegt, weil ich eine Wette habe mit anderen. Warum? Was gibt's denn? Dass ich nur fünfmal in diesem Halbjahr meine Hausaufgaben vergessen darf. Jetzt muss ich Hausaufgaben machen, was mich schon nach dem ersten Tag angekotzt hat. Das ist glaube ich dir. Ich habe hier jemanden schießen gehört. Ja, ich auch. Das bist du. Ne, ich bin Inno. Du, ich bin mir so sicher. Ja. Ich habe mir, ich habe mir aber hier jemanden schießen gehört. Wenn du auf mich schießt. Wer ist dir? Was hast du? Bleib weg von mir. Ich habe nicht, bleib weg von mir. Ich habe nicht, bleib weg von mir. Ja, jetzt ist eins gegen eins. Oh, ich habe nur sechs Kugeln. Ist nicht gut. Ist er weit weg von mir? Ach ja, du darfst ja nichts sagen. Will ich nicht so. Ich zähle ihn. Und ich habe mal wieder überhaupt keinen Aim heute. Ich wusste es. Ich wusste es. Warum, warum, warum nur? So. Ich muss unbedingt mal wieder Call of Duty das so ein PC spielen. Map Wechsel. Ah, schon wieder. Da freut mich auch, die Map ist so hell. Boah. Ja. Obwohl ich es dunkle auch nicht mag, aber Minecraft finde ich am besten die Maps. Gibt ja, glaube sogar... Gibt, glaube zwei. Boah, Headset, Kabel, gehen wir nicht auf die Eier. Ich... Wetten, du bist schon wieder drin und bei mir lag das wieder so. Also ich bin wieder drin, ja. Ja, ich nicht. Bei mir steht noch Server Retrying. Okay, hier gibt es auch andere Waffen, die Mac und so. Alter, lol. Wenn man hier durchlatscht, ist so ein cooles Geräusch. Lol, was gibt es denn hier? Was ist denn das für eine Map, bitte? Keine Ahnung, ich kenne die Map nicht. Ich auch nicht. Ich bin eh nur... Ja, mhm. Ne, ich habe mir so Traitor Points gekauft und jetzt bin ich Traitor. Ja. Kann ich vielleicht sagen. Was für Traitor Points? Ja, klar. Hab ich Traitor Points. Ja, klar. Oh, YouTube Money und so. Dir, glaube ich, sogar noch. Alter. Ja. Einst mich ja, ich verdiene 500 Euro im Monat. Mit zwei Aufrufen. Ich bin eh nur. Ich habe Angst. Vor dem habe ich Angst. Weg von mir. Weg von mir. Weg von mir. Er pisse dich. Ich bin jetzt einfach mal nicht. Heute bin ich mal freundlich. Und woher weiß ich bloß, dass du ganz sicher Traitor bist? Ach so, du bist schon tot. Das war natürlich auch gut. Ja, gut. Wie kann ich sehen an einem lebenden Spiele, was der ist? Gar nicht. Weil man sonst eins sagen könnte. Ja, genau. Der hat mich auch getötet. Alter. Ich glaube, dass wir nicht eine Runde halbwegs gut hinbekommen. Doch, glaube ich. Ich muss bloß Traitor sein. Die sehen sich nicht, will ich mich verarschen. Ja. Ja. Du warst Inno. Ja, klar. Dann warst du Inno. Also, mir fehlt irgendwie der Detective. Ja, mir auch. Wer so sagen kann, äh, ich bin der Babbo. Obwohl, der Detective würde eigentlich als erstes sterben. Ja. Ja, okay. Kann man gut und schlecht sehen, der Detective. Und die Maps sieht nice aus. Ja, die kenne ich noch gar nicht. Ich auch nicht. So, wo wurde ich? Ach, ich wurde schon wieder hier gespawnt. Ja, ich auch. So, also das selben Waffen. Also, ich bin Traitor. Ich auch. Okay. Im 5. Mal. Krass. Ich nehme mal keine Sniper. Inno. Haha, Traitor. Ja. Wer weiß, vielleicht stimmt's vielleicht auch nicht. Vielleicht doch. Vielleicht doch nicht. Wir können nur Vermutungen aufstellen. Wenn du mich jetzt einfach so random killst. Ich seh dich. Ich hätte dich schon längst töten können. Du bist so ne Asi. Du sagst Traitor. Du hast gesagt Traitor. Ich bin kein Traitor. Nein. Ich bin innocent. Ja, ja. Aber bist du hier der Traitor? Ja, ja, klar. Ja. Ich fühl dich jetzt. Klar. Ich fühl dich jetzt schwer. Wenn ich dich sehe, bist du tot. Und? Das hast du, oder? Nein, ich war schon tot. Ich war schon. Du hast Traitor, oder? Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bekomme das nie mit, wenn du tot bist. Du hast einfach so oft zu reden, weil du generell weniger wenig laberst. Es steht rechts oben auf dem Chat zum Beispiel, dass jemand mein Buddy gefunden hat. Ich gucke aber nie. LOL. Wer war? Der Mr. Rage war Traitor. Der wurde ich umgebracht hat. So. Also nächste Runde wird auf jeden Fall besser auf jeden Fall. Ich glaube ich war noch nie Traitor. Ich war einmal Traitor und dann wurde ich gleich gekillt. Was? Jetzt werde ich Traitor. Das sage ich dir. Ich werde auch ganz sicher Traitor. Das wäre geil, wenn wir zu Bad Traitor werden. Nee, ich glaube bei so wenigen ist es. Naja. So. Null. Okay. Ja, wir werden alle da gespornen. Lecken wir doch die Eier. Ach ja. Und das, ich sage mal zu 99 Prozent spielen wir es immer zu zweit und halt ab und zu mal bei Leute dabei. zu diesem 1 Prozent, wenn mal irgendjemand wirklich überhaupt keine Zeit hat, wie wenn wir Urlaub fahren oder so, was wir auch demnächst, was so ist. Ja. Ja. Naja. Da denke ich mal, dass ich vielleicht mal... Vor produzieren und so. Ja, genau. Boah, ich habe endlich eine Waffe, Alter. Nimm nur. So was? Ja. Bin immer ruhig. Ich schwöre es dir. Nein, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Du bist so ein Assi. Du bist Traitor, oder? Du bist Traitor, oder? Du bist Traitor, geil. Ich glaub's. Na, oh, Alter, du labert jetzt einer. Alter geht gar nicht. So. Weißt du nicht eigentlich? Ja, ich hör dich, ich hör dich wunderbar. Perfekt. Diese komische Karotte da hier ist, soll aufhören zu labern. Müt' ihn einfach. Wenn ich wüsste, wie das funkt. In der Tab-Liste. Ja, soweit bin ich schon. Und dann ist rechts dieses Mikro. Ah, okay. Und da klickst du drauf. Heute hab ich mein Dad, ähm, er hat irgendwas gesagt. Und ich so, I know. Und er so, was ich name. Weil, und dann hab ich ihm eine halbe Stunde versucht zu erklären. Was der Unterschied zwischen No, also, zwischen Wissen und Nein ist. Fuck! Nein! Das wird er, haha. Fuck! Nein! Zwischen No und No. Ja. Ah, shit. Jetzt sind das so klein. Also, jetzt sind wir viel zu viel. Viel? Wie viel witziger. Wie viel witziger, wenn man zu viel. Wie viel witziger, wenn man zu viel. Wenn man mehr ist. Ja, dann ist viel mehr Random Kill. Ja, damit müssen wir leben. Wie genau hinter dir. Ich weiß. Und ich hab jetzt schon so ein paar Sachen bemerkt, dass ich weiß, wann du Traitor bist. Echt? Wie denn? Ja. Da ich darauf achte. Wie du redest, wenn du Traitor bist. Ah, okay. Ja. Das war als Volllogik und so. Das war Volllogik. Ich bin Inno. Ich hab die Hack. Mir überhaupt nicht gefällt. Okay. Wow, 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 wow. Laufen ganz viele rum, aber ich glaub, die verstehen das Spiel, die killen mich nicht. So. Denn ich bin Inno. Ich bin Inno. Ja, ich bin auch Inno. Ich schieße nacheinander. Ich halt Abstand. Geil. Geil. Achso, da komm ich gar nicht hoch. Weil es gibt bei so vielen trotzdem nur einen Traitor. Krass. Was? Es gibt bei so vielen trotzdem nur einen Traitor. Hm, ich muss mal den Aim-Found ein bisschen leiser machen. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, das ist extrem leise, aber verstehe ich dich besser. Timelift! So, neue Runde. Mhm. Wo bin ich denn jetzt gespawnt, bitte? Da, wo ich auch gespawnt bin. Ah, und das warst du? Da ich. Ich. Hier war ich ja noch nie. Ich schon. Ich war schon bei nie. Reinkommen ins Zimmer bestimmt. Nee, okay. Ich glaub, mein Dad. Geht wie so ein Tromedar. Ne. Hier ist ein Detektiv. Alter, ich kann auch mal reden. Wo ist ein Detektiv? Hier. Wo? Ja, wo ich bin. Oh ja, da hinten. Warte. Ich muss mal meine Maus-Empfindlichkeit runter drin. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich bin Inno! Ich bin Inno, Mann! Es sind alle auf einem Haufen, alle! Ich bin Inno. Ich bin Inno. Inno. Was, alter? Also, ich hab meine Waffe weggeworfen. Boah. Ich bin ganz sicher so ein Scheiß-Random-Killer. Weil die geben mir so oft, sie suck. Du schließt mittendrin. Raus. Gut, das ist ein bisschen besser für mich. Ja. Viel besser. Alter, der Detektiv, der tötet auch wirklich alle. Loll. Ich glaub, echt, das Spiel nicht wirklich verstanden. Jetzt bin ich gespannt, wer gewinnt. Alter, The Traitor. The Trade is Traitor. Ah. Die Map ich aber auch so, so unübersichtlich mit so vielen Ecken und was weiß ich alles. Ja. Ja. Man weiß, also man hat keine richtige Sniper-Position als Traitor. Mhm. Das fehlt mir irgendwie. Ja. 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 Ja.